die s3 der t10 ja aber die s3 doch nicht zwei platten hintereinander geschweißt sind die von oben kommt und die von unten kommt unser auftrag ist es das markierte ziel zu erobern und zu halten los geht's so sind sie die frauen herr ist alles erwähnen und du musst ihn aufräumen wenn ich ein tier haben würde außer natürlich eine katze wird es gar nicht erlauben auf der couch aufzukommen es ist egal wenn jetzt eine neue couch kauf ist dann rennt es wie ich trotzdem drauf und in dem moment sagt man jetzt verboten und fragt sich warum gleich von vornherein sagen ob neu oder alt muss ich halt umgewöhnen aber wenn zb stelle vor du hast eine freundin steht tierisch auf schläge dann holst du eine neue sagst du ja die alte wollte es auch so kurioses beispiel aber also als beispiel war beim text und sagt sie die die alte wir hatten wir vorher mal schön eingeblasen und sagt die neue sollte es um machen und die sagt nö wissen die will erst geleckt werden dann kommt so ein standard spruch lecken geht vor becken wo war die denn wir sind schon fast bei der gegner beziehungsweise alles leer ist sehr gefährlich was der gegner macht hier wir sitzen fest trotzdem verlieren wir wieder ausschaut das muss man überraschen der daneben Der Gegner hat uns im Visier. Au, hast du ein Mail. Kritischer Treffer. Was verpasst du? Der Gegner zieht davon. Die ergibt sich schon freiwillig. Ah, da sind noch mehr als genug übrig. So sieht's aus. Wo stehen sie denn? Einfach kümeln sie rum. Der Gegner hat uns im Visier. Ich seh's schon. Der T32 hinter dir jetzt. Scheiße, heute sind T32. Der ist ein One-Schnall. Wir sind bewegungsunfähig. Der auch. Na, wird's er weg? Wieder ein Abschluss für uns. Wir landen! Kriegt uns! Wanne oder Turm? Äh, Wanne. Das muss weh tun. Oder seitlich im Turm jetzt. Oh, hinten schön ruf. Wir haben uns entdeckt! 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 Kann sein... Kann sein... Ja... Her when he los! Sleeck los! Nice ihm! Lodi wählt bitte andere Sörter! Überlege Powers mal was du gesagt hast! jetzt ist ein anderen kontext bitte ja das ist wie eine motor reist es in diesem haus so jetzt stell dir mal das facebook foto dabei vor er hat wie ein arsch gehalten und ich musste rein feiern im gesicht von zwei daumen vorne hin jetzt ist die mit koppelfild in der sauner das doch doch das nicht wenn ich jetzt von der seite holt ach die die holt gar nichts mehr das wäre wieder so ein video weiter mal andenken könntest ja okay dann spreche ich es zwei fünf schaden 22 wie ein panzer 22 gesperrt aber ich habe drei rausgenommen aus der base aber anscheinend war es einer zu wenig mit dem e 100 278er schaden